In der Zeit regiert in Hamburg die SPD-Mitgliedermeister Scholz. Wolfsburg, der Kampfmittelräumdienst, hat auf dem Gelände des Wolfswagenbergs keine Liederbomben gefunden. Die zunächst als verdächtig eingestuften Gegenstände seien zwei, drei Einfallmiter, über Stahlplattenboteile in der Einlandseite. Mit dem Fall einer Motorhädenbomben und Schärfbomben stand Wolfsburg, der Straßenzüge abbehalten wird. Auch die Bahnstrengung an der Säule, die betroffen ist. Beides zu machen. Das heißt, das ist die 749. Morgen ein paar Stunden, die Schauer, die auswachsen sind, wird das in der nächsten Zeit auf der Bahnhof angebracht. Am Montag liegt bei Süddeckern und Schärfbomben. In der Ehe für den Verkehrswerve von den beiden Menschen und auf der A3-A7-Fürgertrinnenhausen, die Starstätte Gründlaus, Süddeutsch, Wiesnhofen und Kanin und der Barbad. A7-A7-A7-Bürttemberg, zwischen Landburg und Wendtrollen, die 100m schlauigen Bauarbeiten, Die Umleitung nach der Abruppe sind 47 und die Umleitung nach der Abruppe sind 47 und 49. Auf der A23 haben wir Heide, zwischen der zweiten Richtung zwischen Vierberg-Süd und Taunisch Bauarbeit im Gehverkehr, sondern zwischen Vierberg-Süd und Nord drei Kilometer Stau Richtung Heide. Die B26 und Vier sind nur Eudin-Groß-Mainzendorf nach einem Fall in beiden Richtungen gesperrt, B436 Leer Richtung Bundes zwischen Leer und der A31 Lena drei Kilometer Stau und in der Gegenrichtung zwischen Wiener und Leer vier Kilometer. Aufgrund einer großen Entschärfung in Osnabrück beginnen morgen früh ab 10 Uhr Evakuierungsmaßnahmen. Schon jetzt der Hinweis betroffen sind die Stadtteile Schinkel-Ost und Teile von Schinkel- und Widuk-Hinkland. Außerdem werden die Stauberfläche in Osnabrück in Osnabrück in Osnabrück